Willkommen zum neuen Unboxing. Ich habe mir mal was in Richtung Survival gekauft. Und dann gehört das mit dabei. Wenn man in den Campingladen reingeht, was ich mal gemacht habe, und habe mich mal nach den Sachen umgeguckt, was ich hier drin habe, ist es erschreckend, das was hier drin ist, ist eine 4-fache Ausführung drin. Da kostet eine Campingladen, ich glaube 10, 12, 13 Euro, mindestens, wenn nicht 15. Das was da drin ist, kostet dann weit über 70 Euro. Sehe ich nicht ein, dass ich das dafür bezahle, wenn ich von anders günstiger kriege. Ist einfach so. Die Leute wundern sich, wollen wir uns nicht mehr in den Laden gehen zum Einkaufen. Ja, genau deswegen. Genau wegen diesen Preisen. Ich sage einfach mal, die Menge macht's. Und ich, oh, wir verkaufen das Produkt jetzt für einen doppelten und dreifachen Preis in der Hoffnung, dass es gekauft wird. Wird es dann nämlich nicht, weil man es im Internet günstiger kriegt, weil man sich denkt, warum soll ich so viel Geld? Es reicht schon, wenn ich für das Lebensmittel so viel Geld ausgeben wollte. Ja, lachhaft. Einfach nur lachhaft. So, dieses kleine, schöne, nette Dinge, packe ich jetzt, bevor ich aus. Ich freue mich schon drauf, das in Betrieb zu nehmen. Ich habe jetzt den nächsten Urlaub und ja, da freue ich mich drauf, das dann mal auszuprobieren. So, machen wir die ganze mal auf. Eins und zwei. Das ist ein Adapteraufsatz. Ich weiß noch nicht, wie das zu handhaben ist oder wie das funktioniert, wie man das aufbaut. Keine Ahnung, noch nie damit, aber ihr könnt, glaube ich, sicherlich schon sehen oder erahnen, was es sein kann. Genau, ein Gaskocher-Untersatz. Und natürlich fehlt da noch eine Kartusche zu. So, wie ist das nette Ding, kostet 20 Euro bei Amazon. Also, mein Lieblingskäufer oder da, wo ich gerne einkaufen gehe, Amazon. So, wie gesagt, in vierfacher Ausführung. 450. 450 Gramm. Dauer pro Flasche circa 11 Stunden. Kommt drauf an, was man damit macht. So, ja, hat man es beschrieben. So, man muss das jetzt so drauf drehen, so wie ich das, glaube ich, gelesen habe. So, dann dreht man das drauf und... So, dann sollte man das dann einfach nur drücken und dann müsste das eigentlich funktionieren. Merkwürdigerweise, drehe ich mal fester. Also, man muss dann doch ein bisschen weiter aufdrehen, damit das Ganze funktioniert. Ah, okay, damit kann man es dann regulieren. Und es gibt eine schöne Wärmung. Also, Lagerfeuer in der Küche. Ich freue mich. Zack, einfach wieder zudrehen. Dann macht man es wieder lose. Oh, fantastisch. Das ist einfach die einfachste Geschichte, die ich kenne. Funktioniert auch sofort. Mach mal direkt wieder drauf. Das kommt dann in den Keller. Zu meiner Survival-Ecke. Ja, das ist universaler Aufsatz. Besonders das hier soll es sein. Oder, ne, das hier. Das kann man dann hier drauf machen. Und dann kann man dafür halt einen anderen Gas-Dings-Behältnis nehmen. Ja, ich stehe direkt auf dem Boden. Und das Erschraubendriege daran ist... Ah, Moment. Ich habe jetzt vergessen, man kann ja noch, man hat ja noch zwei... Oh, guck, man hat auch noch zwei Füße, also steht es nicht direkt am Boden. Und auch deswegen dreht es sich nicht ganz so. Gut, auf dem Boden, auf dem Kies, je nachdem wo man es macht, dann ist es sowieso da gut. Und damit war es das dann. Jawohl. So, in dem Sinne bedanke ich mich mal recht herzlich fürs Zusehen. Für dieses Unboxing war es das. Und ab dafür.